Leute, willkommen zu einem sehr wichtigen Video. In diesem Video dreht sich aber alles um Star Wars Battlefront 2, denn ihr könnt was gewinnen. Voll cool, oder? Das jetzt unbedingt aufschreiben, ja? Unbedingt aufschreiben. Am Mittwoch, dem 4. Oktober, also übermorgen, wenn dieses Video rauskommt, werde ich einen Stream machen zu Star Wars Battlefront 2, ja? Und bei diesem Stream, Leute, werde ich eine Kiste verlosen, oder eventuell zwei Pakete machen, oder drei, mal gucken, ich weiß es noch nicht genau, mit den Inhalten, die hier drin sind. Denn EA hat mir eine schöne Edition in Kooperation mit Hasbro zusammengestellt, ja? Und da sind Sachen da, Leute. So, jetzt ist die Frage, was kann man denn gewinnen? Was kann ich überhaupt gewinnen? Erstmal fällt euch auf, ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer, sozusagen, und hinten das Kabel, ne? Wir haben uns gedacht, wir müssen eine Lösung finden, weil wir haben eine Fußbodenheizung. Und ich sage euch, Fußbodenheizung in WLAN, Katastrophe. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr gewinnen könnt, und zwar folgendes. Bevor wir das machen, war ich euch noch ein bisschen neidisch. Ich habe auf der Gamescom ein sehr limitiertes Bild bekommen. Ein sehr limitiertes Bild. Und zwar dieses hier, ja? Als ob das nicht schon cool genug wäre, haben auf der Rückseite alle Entwickler von Star Wars Battlefront 2, die auf der Gamescom da waren, unterschrieben. Mega! Kommen wir jetzt zu den Sachen, die ihr gewinnen könnt. Also, einmal, so, das hier, ja? Ein Paket, und zwar mit Lord Vader, der ist da drin. Und das ist eine Special Edition von Star Wars, oder zu Star Wars. Also, das könnt ihr einmal gewinnen, äh, von The Black Series. Sie haben noch einen Lord Vader, ja? Also, zwei Pakete haben wir schon mal damit bereitgestellt. Geht euch das mal an. Aus Rogue One. Nochmal ein Black Series, der gute Base, ja? Betze, Batze. Dann haben wir hier, äh, die Leia. Oh, langsam wird's voll hier. Nochmal die Leia, also es sind zwei Pakete, ja? Da ist doch was Großes drin, Freunde, warte. Okay, hier haben wir zwei, ähm, ich mach mal, warte mal, zack, zack, so. Death Trooper sind das hier. So, unter anderem in Rogue One, die Leibgarde von Kendrick. Noch ganz viele solcher limitierten Bilder, ja? Die ich euch ja gerade gezeigt habe. Also, ist schon einiges, was ihr gewinnen könnt. Und dazu müsst ihr Folgendes machen. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr schaltet am 4. Oktober zum Streamen ein. Star Wars Battlefront 2 Livestream von der Open Beta vor Release, vor Beta Start offiziell. Am 4. Oktober ab 18 Uhr oder 19 Uhr hier auf dem MafuyuX-Kanal. Hier auf meinem YouTube-Kanal. Da wird ein Stream gekommen. Einfach auf den Channel gehen. Und dann seht ihr so eine Box, wo dann steht, ähm, ne? Streamen gleich oder sowas. Und dann schaltet ihr ein und seid eventuell einer der beiden Glücklichen, die dieses wunderschöne Paket kriegen. Und ich bin da schon sehr neilig drauf, weil ich liebe Star Wars-Figuren, ja? Wenn man mal in den Arbeitszimmer anguckt, ich habe nur solchen Kram. Ähm, das wisst ihr ja auch. Ich zeige dir das mal eben. Warte mal. Oder warte mal, brauche ich gar nicht. Ich habe ja das letzte Video dazu gemacht, ne? Also, könnt ihr euch auch so einfach gucken. Oder ich zeige es dir. Komm, bitte. So, dann gehen wir mal rüber ins Arbeitszimmer. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Und wenn man sich hier umsieht, ja? Mein Arbeitszimmer kennt ihr, ja? Da sind hier der Laserschwert und so weiter. Habe ich euch ja schon mal alles gezeigt. Wir haben so viel Kram hier in einem Regal schon steht. So viel Collectors Edition. Schon der Wahnsinn. Hier oben sind immer so ein paar Härchen gewesen. Habt ihr das gesehen? Das ist das Mikrofon, weil über dem Mikrofon ist so ein Schutz drüber. Für Wind. Funktioniert überhaupt nicht. Aber ich wollte nochmal sagen, nicht, dass ihr euch wundert. Und, äh, was ich noch sagen wollte ist, ähm, ich schneide ja gerade, äh, den ganzen anderen Kram. Ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, wie, äh, generell, wie ihr das findet, dass wir jetzt so kürzere Videos am Tag machen oder einfach immer so ein bisschen euch mitnehme. Eigentlich war die Idee ja, dass ich alle zwei Tage im Vlog mache. So, ähm, zum Beispiel, was ich ja noch habe, ist, ich habe so viele Collectors Edition und ich glaube, ihr wollt noch mehr sehen. Oder ihr wollt ja noch mehr sehen, was wir auspacken können. Da gibt es ja so viel. Ich muss die Kamera mal richtig machen. Da gibt es ja so viel. Und, ähm, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so eine coole Xbox One hier stehen, die ganze Zeit. Ja, und die, äh, ist im Gears of War Design. Und wenn man die anmacht, macht ein richtiges, cooles Geräusch. Also, ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr dabei seid. Äh, alle Infos zum Streamen und wie ihr mitmachen könnt und was ihr genau gewinnen könnt. Wobei, das habe ich ja gezeigt. Aber wie ihr gewinnen könnt, habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder bei einem weiteren Vlog. Ich habe schon die Idee, was das nächste Video wird. Das wird richtig cool. Also, danke fürs Zusehen, Leute. Macht's gut. Vielen Dank.